Musik Auf meiner alten Takelage halte ich Ausschau nach den Ungeheuern des Meeres, die in stürmischen Nächten auftauchen. Auf, Matrose, lass uns weiterziehen. So heißt es in einem alten Seemannslied, an das ich hier, in der Vendée, denken muss. Dieses Departement hat die französische Geschichte stark geprägt. Heute ist es ein beliebtes Urlaubsziel, denn es liegt am Meer und bietet ein interessantes Hinterland. Auch kulinarisch gesehen ergänzen sich die Produkte aus dem Meer und von Mutter Erde in dieser Gegend hervorragend. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Hier sind wir übrigens vor einer Insel, der Ile de Noirmoutier, ein Name, der Sie vielleicht auch schon etwas ins Träumen geraten lässt. Wir beginnen unsere Reise aber nicht auf der Ile de Noirmoutier, sondern weiter im Süden des Departements, wo sich das Wasser und die Natur harmonisch verbinden. Durch den Morgennebel sehen wir in der Ferne ein Bauwerk, das unser Interesse weckt. Die Ruine der ehemaligen Benediktiner-Abtei Abbe de Maizet aus dem Jahr 1003. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Region, vor allem bei der Trockenlegung des Sumpfgebietes Marie-Poix-de-Vin. Auf dieser Karte sehen wir die Landschaft vor dem Bau der Abtei. Man kann gut erkennen, dass Maizet eine Halbinsel war. Man nannte sie Lille de Maizet. 1317 wurde mit der umfassenden Trockenlegung des Sumpfgebietes begonnen. Diese dauerte mehrere Jahrhunderte. Wie viel Hektar wurden damals trockengelegt? Etwa 100.000 Hektar wurden entwässert. Die Mönche haben damit begonnen. Unter Heinrich IV. wurden die Arbeiten mit Unterstützung von Holländern intensiviert. Warum wurde das Gebiet trockengelegt? Das Wasser aus dem Sumpfgebiet wurde ins Meer umgeleitet, um Anbauflächen zu gewinnen. Wir führen unsere Reise auf einem der Kanäle, die das Gebiet durchziehen, weiter. Es wird auch das Grüne Venedig genannt. Wir lieben unsere Gegend und sind oft hier unterwegs. Viele machen am Wochenende oder abends noch eine kurze Bootstour durch das Sumpfgebiet. Früher erstreckten sich die Gräben über 3000 Kilometer. Sie wurden aber leider nicht ausreichend gepflegt, sodass heute nur noch 20 Prozent davon, also etwa 600 Kilometer, übrig sind. Einen Graben wie diesen muss man alle 15 Jahre reinigen. Denn die herabfallenden Blätter verrotten und es bildet sich Schlamm, etwa 2 Zentimeter pro Jahr. Deswegen müssen sie in der Regel alle 15 Jahre gereinigt werden. Auf der Wasseroberfläche sehen Sie die sogenannten Wasserlinsen. Die gibt es hier nur im Sommer, nicht im Winter. Sie entwickeln sich durch Photosynthese, das heißt, je mehr Sonnenlicht und Wärme vorhanden ist, umso stärker wächst die Wasserlinse. Die Vegetation an Land ist vielfältig. Direkt am Wasser wurden Eschen gepflanzt. Sie dienen zur Befestigung der Ufer. Dann gibt es natürlich Pappeln und weitere Baumarten hier aus der Gegend. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf ein Gasthaus, die Ferme au Berge von Isabelle Annonier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus wird Spitzkohl angebaut, eine Spezialität der Gegend. In der Vendée wächst das ganze Jahr über Kohl. Das ist Spitzkohl. Er hat zarte Blätter und wächst im Frühling, von Mai bis Juni. Etwas später wächst der Weißkohl, der einen festeren Kohlkopf hat. Ihn gibt es von Juni bis Ende Juli. Und dann gibt es noch die großen Kohlsorten, die man hier Chou-Vache nennt. Es heißt, während des Aufstands der Vendée gegen die französische Revolution hätten sich die Aufständischen dazwischen versteckt. Aus dieser Kohlart kann man schmackhafte Gerichte zubereiten. Isabelle hat eine ganz einfache Lebensdevise. Serviere deinen Gästen gutes Essen und du machst sie glücklich. Bei ihr kommen nur selbstangebaute, saisonale Produkte auf den Tisch. Das gefällt den Gästen. Ich habe Ihnen ein Rinderkonfit zubereitet mit einem Rotwein aus der Gegend vom Weingut Domaine de la Barbignère. Das Fleisch wird langsam geschmort und dann mit Wein abgelöscht. Dazu Orangen und getrocknete Pflaumen. Drei Stunden lang köcheln und das ist das Ergebnis. Freude und Genuss sind wichtig im Leben. Nur dann sind die Menschen ausgeglichen. Essen bedeutet auch Freude und Genuss. Und wenn jemand krank ist und man bringt ihm ein gutes Essen, das gut riecht, dann geht es ihm gleich besser. Nur jemand, der geniessen kann, ist auch ausgeglichen. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Genuss. Man muss eben das richtige Mass finden. Auch wir wollen hier geniessen und schauen Isabelle bei der Zubereitung eines typischen Essens aus der Vendée zu. Ich bereite für Sie ein Farci Potvin zu. Ein typisches Gericht aus dem südlichen Teil der Vendée. Wir brauchen dafür Kohl und Mangold. Dazu kommt etwas Fleisch, Eier, ein wenig Crème fraîche, Zwiebeln und Gewürze. Die Eier werden kurz geschlagen und mit Crème fraîche vermengt. Jetzt kommen die geschnittenen Zwiebeln dazu. Die geben dem Gericht mehr Geschmack, denn das Gemüse an sich ist relativ fad. Deswegen geben wir die Zwiebeln zur Verstärkung dazu. Jetzt ein wenig Fleisch. Das habe ich schon angebraten, denn es ist Schweinefleisch und das hat eine lange Garzeit. Danach kommen die Eier mit der Crème fraîche dazu. Dann kann man alle Zutaten vermengen. Mit den Händen? Ja, mit den Händen. Hier muss ich noch etwas Gemüse zufügen. Ich habe sehr viele Eier und Crème fraîche, denn normalerweise mache ich grössere Mengen. Und so sieht das fertige Gericht aus. Zum Farci Potvin isst man Rohschinken aus der Vendée, Blutwurst, Bauernterrine und Hartwurst. Mit dem Rad geht es weiter zu unserer nächsten Etappe. Im Département Vendée gibt es seit 2010 über 1000 Kilometer gut ausgebaute Radwege. Bei Fahrradausflügen in der Region kann man Land und Leute und deren Traditionen kennenlernen. Dazu gehört das Angeln, das an den zahlreichen Kanälen und Flüssen weit verbreitet ist. Das ist unser Fang. Es gibt viele Weißfische hier. Rotaugen, Brassen, Karpfen, Schleien. Auch Aale kommen in dieser Gegend vor, denn alle diese Wassergräben sind miteinander verbunden, bis sie ins Meer münden. An Fleischfressern haben wir hier den Hecht, aber keinen Zander. Der Zander wurde in dieser Gegend nicht eingeführt, deswegen hat er sich hier nicht verbreitet. Für die Angler ist der Tag zu Ende. Sie bringen ihre Ausrüstung in eine extra dafür eingerichtete Hütte, die zum Programm Vacances Peche Vendée gehört, einer der zahlreichen Initiativen der Region. Wir fahren weiter zu einem der fünf bedeutendsten Dörfer des Departements, nach Vauvon. Dort steht der Turm der Melusine. Der Sage nach war sie eine Fee, die sich jeden Samstagabend in eine Schlange verwandelte. Verschiedene Legenden und Geschichten ranken sich auch um das ehemalige Bergbaudorf Vemoreau. Hier gibt es ein Museum zu Ehren der Minenarbeiter, das auf die 130-jährige Geschichte des Bergbaus zurückblickt. Die Kohlevorkommen wurden per Zufall durch einen Holzschuhmacher namens Jean Obinot beim Graben eines Wasserbrunnens entdeckt. Er hat die Kohleförderung von Femoreau vorangetrieben, die von 1827 bis 1958 betrieben wurde. Wir tauchen in eine andere Atmosphäre und eine andere Gegend ein. An der Küste sind die Fischer mit ihrem Fang zurückgekommen. Hier treffen wir Jean-Pascal Vallée, Küchenchef des Restaurants Villa Dilecta, der auf dem Fischmarkt seine morgendlichen Einkäufe tätigt. Wir dürfen ihn dabei begleiten. Guten Tag, guten Tag. Hallo Julien. Hallo Jean. Was hast du heute an kleinen Hummern zu bieten? Hier, ich bin gerade dabei, sie auszupacken. Ich nehme acht davon. Männchen oder Weibchen, was möchtest du? Was ist das? Welche sind besser? Die Weibchen sind besser. Gut, dann nehme ich davon. Die Qualität ist je nach Jahreszeit unterschiedlich. Wie bei den Krebsen oder den Meeresspinnen. Das kommt auf die Legezeit an. Manchmal sind die Männchen besser bestückt, manchmal die Weibchen. Im Moment sind die Weibchen von besserer Qualität. Der Fischer Julien zeigt uns die verschiedenen Becken und stellt uns die hiesigen Meeresbewohner vor. Das ist eine Meeresspinne, die wir hauptsächlich im Winter fangen. Das hier ist ein Männchen. Es hat größere Scheren als das Weibchen. Das ist bei allen Krustentieren gleich. Die Weibchen haben einen größeren Körper, die Männchen die größeren Scheren. Hier haben wir Hummer. Die Fangsaison beginnt im Frühjahr. Die beste Zeit ist im Sommer. Das hier ist ein Männchen. Wie schwer ist er ungefähr? Zwei Kilo ungefähr. Ja, zwei Kilo. Hier haben wir schöne Langusten. Das ist ein großes Exemplar. Das hier ist eine mittelgroße. Die reicht für zwei Personen. Sie wiegt etwa ein Kilo. Sie ist ein bisschen nervös. Ein schönes Weibchen. Wir machen einen kleinen Abstecher zum Hafen. Das Meer ist hier in Les Sables d'Olonne allgegenwärtig. Von hier aus startet alle vier Jahre die Vendée Globe, die bekannte Non-Stop-Regatta für Einhandsegler. Die Teilnehmer müssen einmal um die Welt segeln, ohne fremde Hilfe und ohne einmal Land zu betreten. Der Wassersport ist für die Stadt von großer Bedeutung. Schon die Jüngsten werden an ihn herangeführt. Die Stadt bietet viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, auch in den Schulen. Seit 15 Jahren praktizieren alle Schüler in Les Sables d'Olonne in der Schule einen Wassersport. Segeln, Kajak fahren oder surfen. Die Kenntnisse, die sie in der Schule erworben haben, können sie dann in den verschiedenen Sportvereinen vertiefen. Es gibt hier viele Vereine, die Wassersportarten anbieten. Renault hat sich seit drei Jahren dem Kitesurfen verschrieben. Diese Sportart ist noch relativ wenig verbreitet. Man braucht dafür weite Wasserflächen und gute Windverhältnisse. Wie sind die Wetterverhältnisse heute, Renault? Wir haben heute gute Bedingungen, die meistens im Frühling und im Sommer in dieser Region. Wir haben einen leichten Wind, der nachmittags aufkommt, meistens gleichzeitig mit der Flut. Es ist ein leichter Wind aus Nordwest, der ideal ist fürs Kitesurfen. Er ist nicht sehr stark, er hat etwa die Stärke drei oder vier und bringt kleine Wellen. Das ist ideal. Dann viel Spaß. Den werde ich haben. Für Wind und Wellen kann Guy sich weniger begeistern. Er ist währenddessen auf dem Weg zum Weinkeller von Jeremie im Chateau Marie-Dufour. Die Vendée liegt im Loire-Tal und ihre Weine gehören zu der Weinbauregion Val de Loire. Aber sie hatten lange kein AOC-Siegel. Sie hatten das Siegel Verne de Limité de qualité supérieure. Das bedeutet Weine höherer Qualität aus begrenztem Anbaugebiet. Ab dem Jahrgang 2011 haben wir das AOC-Siegel bekommen. Die Vendée galt früher nicht als typisches Wein-Anbaugebiet. Man ging lange Zeit davon aus, dass die Weine aus der Vendée nicht von besonders hoher Qualität seien. Aber in den letzten Jahren hat sich das geändert. Ja, es hat sich einiges getan. In den 1970er Jahren gab es einige Pioniere, die den Weinanbau in der Region vorangetrieben haben. Selbst der Schriftsteller Jean Huguet, der hier geboren ist, hat sich für die Weinberge hier stark gemacht. Die Qualität wurde immer besser. Aber auch schon im 19. Jahrhundert gab es einige gute Weine hier. Sogar Familie Taitanger hatte hier einen Weinberg. Wir fahren weiter zur Ile de Noirmoutier. Bei Ebbe können wir die Passage du Gois benutzen. Eine Straße, die bei Hochwasser, also nach Eintreten der Flut, vollständig überflutet ist. Auf der Insel werden wir vom Geruch frisch geernteter Kartoffeln empfangen. Und wir treffen zwei Männer, die hier für ihre Kartoffeln bekannt sind. Die neuen Kartoffeln werden innerhalb von fünf Tagen geerntet und dann sofort weiterverkauft, damit sie ihren frischen Geschmack beibehalten. Wir bauen hier verschiedene Frühkartoffeln an. Sie werden gleich geerntet, wenn sie reif sind. Sie sind also noch ganz frisch. Nach der Bonotte kommen die anderen Sorten dran, wie Sertema oder Lady Crystal. Wenn man etwas daran reibt, geht die Schale ab. Das sind die typischen Frühkartoffeln der Ile de Noirmoutier. Ja, diese kleinen Kartoffeln haben einen ganz eigenen, typischen Geschmack. Da sie hier in der Nähe des Meeres angebaut werden, schmecken sie nach Meer und Jod, das sich im Meerwasser und der Luft befindet. Wenn die Kartoffeln nicht hier, sondern weiter drinnen, auf der Insel oder auf dem Festland angebaut würden, hätten sie einen ganz anderen Geschmack. Hier haben sie diese leicht nussige und salzige Note. Auch die Größe spielt eine Rolle. Diese kleinen Exemplare hier werden ganz anders zubereitet als die grösseren. Und sie haben einen ganz anderen Geschmack. Das wollen wir testen. In Alexandres Restaurant La Marine am Hafen. Das Restaurant ist ein erfolgreiches Familienunternehmen. Alexandre und seine Frau haben es vor einigen Jahren übernommen. Mit viel Fleiß und Liebe haben sie es sogar zu einem Michelin-Stern gebracht. Wir bereiten für sie Kartoffeln in Salz und Algenmantel zu. Dazu stellen wir einen Teig her aus Mehl, getrockneten Algen, Eiweiß, Wasser und Grosselle. Also groben Meersalz. Aus diesen Zutaten knetet man einen schönen, glatten Teig. Den Teig teilen wir in zwei Teile. Wir nehmen einen Teil und rollen ihn aus, damit wir die Kartoffeln drauflegen können. Das zweite Teigstück wird nachher oben draufgelegt, sodass die Kartoffeln von dem Salz- und Algenmantel umschlossen sind. Die Kartoffeln werden roh in den Teigmantel gelegt, sodass sie im Backofen den Geschmack des Jods, des Salzes und der Algen aufnehmen. Nach 20 Minuten sind die Kartoffeln gar. Und jetzt aufgepasst. Jetzt kommt die Überraschung. Ich schneide den oberen Teil auf. Und schon kommt einem der Duft von Jod und Salz entgegen. Das riecht wunderbar. Wenn man den Teigmantel öffnet, steigt einem schon dieser wunderbare Duft entgegen. Hier verbinden sich die Gerüche des Meeres und der Erde. Das ist wirklich ein Genuss. Die zwei großen Reichtümer der Insel sind Kartoffeln und Meersalz. Dieses wird in Salinen gewonnen. Es gibt heute noch etwa 100 Salzbauern. 20 davon bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. Einer davon ist Philipp Noh. Darf ich Sie kurz stören, Philipp? Ja, sicher. Beeindruckend. Sie machen die gleichen Handgriffe wie vor 1500 Jahren. Wenn vielleicht auch mit anderen Werkzeugen. Die Werkzeuge haben sich auch kaum verändert. Und wie heißen die? Das ist ein Holzrechen. Ein Holzrechen? Ja. Wir brauchen für die Salzgewinnung die vier Elemente. Wasser, Wind, Sonne für die Verdunstung und Erde. Auf der Insel haben wir Tonerde. Und da ein Großteil der Insel unter dem Meeresspiegel liegt, haben wir hier immer einen direkten Wasserzufluss. Der Wind nimmt die Feuchtigkeit des Wassers auf, das wir aus den Salzgärten in unsere Becken geleitet haben. In diesem Becken kann dann das Wasser verdunsten und dafür brauchen wir die Sonne, die die nötige Wärme produziert. Wenn ich also hier im Meer bade und dabei Wasser schlucke, dann esse ich gewissermaßen Ihr Salz? Ja, aber nur teilweise. Denn bevor Sie das Salz, das sich im Meerwasser befindet, in essbarer Form auf dem Tisch haben, muss die Salzkonzentration erst von 30 Gramm pro Liter auf 250 Gramm pro Liter erhöht werden. Das geschieht in den Kristallisationsbecken, in denen sich die Salzkristalle bilden. Und der Unterschied zwischen dem Grosselle, dem groben Salz, und dem Fleur de Sel, der Salzblume? Beide Salze werden aus dem gleichen Becken gewonnen. Das Grosselle kristallisiert auf dem Boden des Beckens. Deswegen ist es auch leicht grau, denn es entsteht direkt auf dem Tonboden des Beckens. Das Fleur de Sel, die Salzblume dagegen, bildet sich an der Oberfläche des Wassers und kann nur bei günstigen Wetterbedingungen mit einem speziellen Werkzeug geerntet werden. Die Ernte des Fleur de Sel macht etwa 3 bis 6 Prozent der Ernte des groben Salzes in einem Becken aus. Es steht nur in geringen Mengen zur Verfügung und wird besonders von der hohen Gastronomie geschätzt. Wir fahren zurück aufs Festland und machen Halt in der Logie de la Chapouterie. Einem Schloss, das seinen ursprünglichen Charakter und sogar seine Möbel aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert beibehalten hat. Das Schloss hat aber auch eine wichtige historische Bedeutung. Hier wurde General Charette festgenommen und damit der blutige Aufstand der Vendée beendet. In der Küche erinnern der Schal und die Pistole des Generals an seine letzten Stunden. Im Schlossgarten dagegen komponiert der Küchenchef gerade ein kulinarisches Meisterwerk mit den Köstlichkeiten des eigenen Gemüsegartens. Das ist der Anfang Ihrer heutigen Komposition? Ja, heute mache ich ein Gericht mit Artischocken. Die Artischocken sind noch nicht ausgewachsen. Es sind kleine Artischocken, der Sorte Mako. Die Artischocke wird geschält und ich verwende nur das Herz der Artischocke. Dann nehme ich noch etwas Zitronenverbene dazu. Diese wird ja hauptsächlich zum Zubereiten von Tee verwendet. Ich nehme etwas Zitronenverbene zu meiner Komposition dazu, wegen ihres frischen, zitronigen Geschmacks. Dieser verstärkt den Geschmack der Artischocke und gibt dem Gericht eine besondere Note. Diese kleinen Thymianblumen nehme ich zum Verfeinern des gegrillten Brotes, das zur Artischocke gereicht wird. Ein Gericht, das schön aussieht, muss auch gut schmecken. Und damit es gut schmeckt, braucht es eine kleine, besondere Note. Ich habe das Glück, in diesem Gemüsegarten immer direkten Zugang zu frischen Kräutern und Blumen zu haben. Man muss immer die besondere Note für ein Gericht finden. Dieses hier wird nach Provence schmecken und nach Sonne. Ein Teller voller Sonne und blühender Blumen. Auf unserer Fahrt entlang der Schlösser der Vendée machen wir im Manoir de la Tébline Halt. Im ehemaligen Familienwohnhaus befinden sich heute Gästezimmer. Für uns ist das die Chance, ein typisches Frühstück aus der Vendée zu probieren. Wir haben hier Gache und Brioche. Und worin liegt der Unterschied? Die Gache ist mit Crème fraîche gemacht, die Brioche nicht. Deswegen schmeckt sie auch ein bisschen anders. Aber das muss jeder selbst herausfinden. Das ist also eine Spezialität aus der Vendée? Ja. Es gibt sogar ein klar abgegrenztes Herkunftsgebiet. Dieses erstreckt sich über die Vendée ein bisschen weiter in die Departements Loire Atlantique und Ménéloire. Aber das Gebiet ist klar begrenzt. Und was macht diese Brioche so besonders? Nun, sie ist sehr leicht und locker, wie Sie sehen können. Diese perfekte Brioche gibt es nur in der Vendée. Die Bilder von Rittern und ihren Kämpfen aus dem Vergnügungspark Puy-du-Fou rufen uns in Erinnerung, dass die Vendée immer wieder von Kriegen heimgesucht wurde. Spuren dieser Vergangenheit sind bis heute vorhanden. Zum Beispiel im Château de Tifouges. In Tifouges gibt es drei Maschinen, die nach dem Prinzip gegen Gewicht, Pendel und Schleuder funktionieren. Hier die jüngste Wurfmaschine. Sie wurde im 15. 16. Jahrhundert eingesetzt. Mit ihr konnten 10 bis 12 Geschosse pro Stunde 115 Meter weit geworfen werden. Vier Männer mussten sie bedienen. Die nächste, die Mangonelle, ist die älteste Maschine. Sie hatte den Nachteil, dass der Mast mit dem Gegengewicht verbunden war, sodass ein Schuss immer einen starken Rückstoß verursachte. Die Bliede war die größte und präziseste Wurfwaffe. Im 13. 14. Jahrhundert eingesetzt konnte man mit ihr Geschosse von 100 Kilo über eine Distanz von 212 Metern werfen. Das heißt, von hier aus hätte man problemlos die Kirche von Tifouges treffen können. Unsere Reise geht zu Ende. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Hier habe ich noch etwas, über das wir gar nicht gesprochen haben, das aber eine der Perlen der Gegend ist, die Auster. Habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, dass diese Gegend fast genauso viele Sonnenstunden hat wie die Côte d'Azur? Man hat mir schon gesagt, dass man mir das ansehen würde. Dieser Ort hier gehört übrigens zu den gastronomischen Höhepumpen der Vendée. Das Restaurant Cayola, das unter Raphael Roland seinen ersten Michelin-Stern bekommen hat. Das Restaurant ist natürlich wegen seiner ausgezeichneten Küche beliebt, aber auch wegen seiner traumhaften Lage. Ich trinke auf Sie und auf die Vendée. Denn die herabfallenden Blätter verrotten und es bildet sich Schlamm, etwa zwei Zentimeter pro Jahr. Deswegen müssen sie in der Regel alle 15 Jahre gereinigt werden. Auf der Wasseroberfläche sehen Sie die sogenannten Wasserlinsen. Die gibt es hier nur im Sommer, nicht im Winter. Sie entwickeln sich durch Photosynthese, das heißt, je mehr Sonnenlicht und Wärme vorhanden ist, umso stärker wächst die Wasserlinse. Die Vegetation an Land ist vielfältig. Direkt am Wasser wurden Eschen gepflanzt. Sie dienen zur Befestigung der Ufer. Dann gibt es natürlich Pappeln und weitere Baumarten hier aus der Gegend. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf ein Gasthaus, die Ferme Auberge von Isabelle Annonier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus wird Spitzkohl angebaut, eine Spezialität der Gegend. In der Vendée wächst das ganze Jahr über Kohl. Das ist Spitzkohl. Er hat zarte Blätter und wächst im Frühling, von Mai bis Juni. Etwas später wächst der Weisskohl, der einen festeren Kohlkopf hat. Ihn gibt es von Juni bis Ende Juli. Und dann gibt es noch die grossen Kohlsorten, die man hier Chou-Vache nennt. Es heisst, während des Aufstands der Vendée gegen die französische Revolution hätten sich die Aufständischen dazwischen versteckt. Aus dieser Kohlart kann man schmackhafte Gerichte zubereiten. Isabelle hat eine ganz einfache Lebensdevise. Serviere deinen Gästen gutes Essen und du machst sie glücklich. Bei ihr kommen nur selbstangebaute, saisonale Produkte auf den Tisch. Das gefällt den Gästen. Ich habe Ihnen ein Rinder-Konfit zubereitet mit einem Rotwein aus der Gegend vom Weingut Domaine de la Barbignère. Das Fleisch wird langsam geschmort und dann mit Wein abgelöscht. Dazu Orangen und getrocknete Pflaumen. Drei Stunden lang köcheln und das ist das Ergebnis. Freude und Genuss sind wichtig im Leben. Nur dann sind die Menschen ausgeglichen. Essen bedeutet auch Freude und Genuss. Und wenn jemand krank ist und man bringt ihm ein gutes Essen, das gut riecht, dann geht es ihm gleich besser. Nur jemand, der geniessen kann, ist auch ausgeglichen. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Genuss. Man muss eben das richtige Maß finden. Auch wir wollen hier geniessen. Und schauen Isabelle bei der Zubereitung eines typischen Essens aus der Vendée zu. Ich bereite für Sie ein Farci Potvin zu. Ein typisches Gericht aus dem südlichen Teil der Vendée. Wir brauchen dafür Kohl und Mangold. Dazu kommt etwas Fleisch, Eier, ein wenig Crème fraîche, Zwiebeln und Gewürze. Die Eier werden kurz geschlagen und mit Crème fraîche vermengt. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf ein Gasthaus. Die Ferme Auberge von Isabelle Annonier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus wird Spitzkohl angebaut. Eine Spezialität der Gegend. In der Vendée wächst das ganze Jahr über Kohl. Das ist Spitzkohl. Er hat zarte Blätter und wächst im Frühling, von Mai bis Juni. Etwas später wächst der Weisskohl, der einen festeren Kohlkopf hat. Ihn gibt es von Juni bis Ende Juli. Und dann gibt es noch die grossen Kohlsorten, die man hier Chou-Vache nennt. Es heisst, während des Aufstands der Vendée gegen die französische Revolution hätten sich die Aufständischen dazwischen versteckt. Aus dieser Kohlart kann man schmackhafte Gerichte zubereiten. Isabelle hat eine ganz einfache Lebensdevise. Serviere deinen Gästen gutes Essen und du machst sie glücklich. Bei ihr kommen nur selbstangebaute, saisonale Produkte auf den Tisch. Das gefällt den Gästen. Ich habe ihnen ein Rinderkonfit zubereitet, mit einem Rotwein aus der Gegend vom Weingut Domaine de la Barbignère. Das Fleisch wird langsam geschmort und dann mit Wein abgelöscht. Dazu Orangen und getrocknete Pflaumen. Drei Stunden lang köcheln und das ist das Ergebnis. Freude und Genuss sind wichtig im Leben. Nur dann sind die Menschen ausgeglichen. Essen bedeutet auch Freude und Genuss. Und wenn jemand krank ist und man bringt ihm ein gutes Essen, das gut riecht, dann geht es ihm gleich besser. Nur jemand, der geniessen kann, ist auch ausgeglichen. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Genuss. Man muss eben das richtige Maß finden. Auch wir wollen hier geniessen. Und schauen Isabelle bei der Zubereitung eines typischen Essens aus der Vendée zu. Ich bereite für Sie ein Farci Potvin zu. Ein typisches Gericht aus dem südlichen Teil der Vendée. Wir brauchen dafür Kohl und Mangold. Dazu kommt etwas Fleisch, Eier, ein wenig Crème fraîche, Zwiebeln und Gewürze. Die Eier werden kurz geschlagen und mit Crème fraîche vermengt. Jetzt kommen die geschnittenen Zwiebeln dazu. Die geben dem Gericht mehr Geschmack, denn das Gemüse an sich ist relativ fad. Deswegen geben wir die Zwiebeln zur Verstärkung dazu. Jetzt ein wenig Fleisch. Das habe ich schon angebraten, denn es ist Schweinefleisch und das hat eine lange Garzeit. Danach kommen die Eier mit der Crème fraîche dazu. Dann kann man alle Zutaten vermengen. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf ein Gasthaus, die Ferme Auberge von Isabelle Anonnier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus wird Spitzkohl angebaut, eine Spezialität der Gegend. In der Vendée wächst das ganze Jahr über Kohl. Das ist Spitzkohl. Er hat zarte Blätter und wächst im Frühling, von Mai bis Juni. Etwas später wächst der Weisskohl, der einen festeren Kohlkopf hat. Ihn gibt es von Juni bis Ende Juli. Und dann gibt es noch die grossen Kohlsorten, die man hier Chou-Vache nennt. Es heisst, während des Aufstands der Vendée gegen die französische Revolution hätten sich die Aufständischen dazwischen versteckt. Aus dieser Kohlart kann man schmackhafte Gerichte zubereiten. Isabelle hat eine ganz einfache Lebensdevise. Serviere deinen Gästen gutes Essen und du machst sie glücklich. Bei ihr kommen nur selbstangebaute, saisonale Produkte auf den Tisch. Das gefällt den Gästen. Ich habe ihnen ein Rinderkonfit zubereitet mit einem Rotwein aus der Gegend vom Weingut Domaine de la Barbignère. Das Fleisch wird langsam geschmort und dann mit Wein abgelöscht. Dazu Orangen und getrocknete Pflaumen. Drei Stunden lang köcheln und das ist das Ergebnis. Freude und Genuss sind wichtig im Leben. Nur dann sind die Menschen ausgeglichen. Essen bedeutet auch Freude und Genuss. Und wenn jemand krank ist und man bringt ihm ein gutes Essen, das gut riecht, dann geht es ihm gleich besser. Nur jemand, der geniessen kann, ist auch ausgeglichen. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Genuss. Man muss eben das richtige Mass finden. Auch wir wollen hier geniessen und schauen Isabelle bei der Zubereitung eines typischen Essens aus der Vendée zu. Ich bereite für Sie ein Farsi Potvin zu. Ein typisches Gericht aus dem südlichen Teil der Vendée. Wir brauchen dafür Kohl und Mangold. Dazu kommt etwas Fleisch, Eier, ein wenig Crème fraîche, Zwiebeln und Gewürze. Die Eier werden kurz geschlagen und mit Crème fraîche vermengt. Jetzt kommen die geschnittenen Zwiebeln dazu. Die geben dem Gericht mehr Geschmack, denn das Gemüse an sich ist relativ fad. Deswegen geben wir die Zwiebeln zur Verstärkung dazu. Jetzt ein wenig Fleisch. Das habe ich schon angebraten, denn es ist Schweinefleisch und das hat eine lange Garzeit. Danach kommen die Eier mit der Crème fraîche dazu. Dann kann man alle Zutaten vermengen. Einige Kilometer weiter stossen wir auf ein Gasthaus, die Ferme au Berge von Isabelle Annonier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus wird Spitzkohl angebaut, eine Spezialität der Gegend. In der Vendée wächst das ganze Jahr über Kohl. Das ist Spitzkohl. Er hat zarte Blätter und wächst im Frühling, von Mai bis Juni. Etwas später wächst der Weisskohl, der einen festeren Kohlkopf hat. Ihn gibt es von Juni bis Ende Juli. Und dann gibt es noch die grossen Kohlsorten, die man hier Chou-Vache nennt. Es heisst, während des Aufstands der Vendée gegen die französische Revolution hätten sich die Aufständischen dazwischen versteckt. Aus dieser Kohlart kann man schmackhafte Gerichte zubereiten. Isabelle hat eine ganz einfache Lebensdevise. Serviere deinen Gästen gutes Essen und du machst sie glücklich. Bei ihr kommen nur selbstangebaute, saisonale Produkte auf den Tisch. Das gefällt den Gästen. Ich habe Ihnen ein Rinder-Konfit zubereitet mit einem Rotwein aus der Gegend vom Weingut Domaine de la Barbinière. Das Fleisch wird langsam geschmort und dann mit Wein abgelöscht. Dazu Orangen und getrocknete Pflaumen. Drei Stunden lang köcheln und das ist das Ergebnis. Freude und Genuss sind wichtig im Leben. Nur dann sind die Menschen ausgeglichen. Essen bedeutet auch Freude und Genuss. Und wenn jemand krank ist und man bringt ihm ein gutes Essen, das gut riecht, dann geht es ihm gleich besser. Nur jemand, der geniessen kann, ist auch ausgeglichen. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Genuss. Man muss eben das richtige Maß finden. Auch wir wollen hier geniessen. Und schauen Isabelle bei der Zubereitung eines typischen Essens aus der Vendée zu. Ich bereite für Sie ein Farci Potvin zu, ein typisches Gericht aus dem südlichen Teil der Vendée. Wir brauchen dafür Kohl und Mangold. Dazu kommt etwas Fleisch, Eier, ein wenig Creme Fraiche, Zwiebeln und Gewürze. Die Eier werden kurz geschlagen und mit Creme Fraiche vermengt. Jetzt kommen die geschnittenen Zwiebeln dazu. Die geben dem Gericht mehr Geschmack, denn das Gemüse an sich ist relativ fad. Deswegen geben wir die Zwiebeln zur Verstärkung dazu. Jetzt ein wenig Fleisch. Das habe ich schon angebraten, denn es ist Schweinefleisch und das hat eine lange Garzeit. Danach kommen die Eier mit der Creme Fraiche dazu. Dann kann man alle Zutaten vermengen. Die Vendée liegt im Loirtal und ihre Weine gehören zu der Weinbauregion Val de Loire. Aber sie hatten lange kein AOC-Siegel. Sie hatten das Siegel Verne de Limité de Qualité Supérieure. Das bedeutet Weine höherer Qualität aus begrenztem Anbaugebiet. Ab dem Jahrgang 2011 haben wir das AOC-Siegel bekommen. Die Vendée galt früher nicht als typisches Wein-Anbaugebiet. Man ging lange Zeit davon aus, dass die Weine aus der Vendée nicht von besonders hoher Qualität seien. Aber in den letzten Jahren hat sich das geändert. Ja, es hat sich einiges getan. In den 1970er Jahren gab es einige Pioniere, die den Weinanbau in der Region vorangetrieben haben. Selbst der Schriftsteller Jean Huguet, der hier geboren ist, hat sich für die Weinberge hier stark gemacht. Die Qualität wurde immer besser. Aber auch schon im 19. Jahrhundert gab es einige gute Weine hier. Sogar Familie Taitanger hatte hier einen Weinberg. Wir fahren weiter zur Ile de Noirmoutier. Bei Ebbe können wir die Passage du Gois benutzen. Eine Straße, die bei Hochwasser, also nach Eintreten der Flut, vollständig überflutet ist. Auf der Insel werden wir vom Geruch frisch geernteter Kartoffeln empfangen. Und wir treffen zwei Männer, die hier für ihre Kartoffeln bekannt sind. Die neuen Kartoffeln werden innerhalb von fünf Tagen geerntet und dann sofort weiterverkauft, damit sie ihren frischen Geschmack beibehalten. Wir bauen hier verschiedene Frühkartoffeln an. Sie werden gleich geerntet, wenn sie reif sind. Sie sind also noch ganz frisch. Nach der Bonotte kommen die anderen Sorten dran, wie Sertema oder Lady Crystal. Wenn man etwas daran reibt, geht die Schale ab. Das sind die typischen Frühkartoffeln der Ile de Noirmoutier. Ja, diese kleinen Kartoffeln haben einen ganz eigenen, typischen Geschmack. Da sie hier in der Nähe des Meeres angebaut werden, schmecken sie nach Meer und Jod, das sich im Meerwasser und der Luft befindet. Wenn die Kartoffeln nicht hier, sondern weiter drinnen, auf der Insel oder auf dem Festland angebaut würden, hätten sie einen ganz anderen Geschmack. Hier haben sie diese leicht nussige und salzige Note. Auch die Größe spielt eine Rolle. Diese kleinen Exemplare hier werden ganz anders zubereitet als die größeren. Und sie haben einen ganz anderen Geschmack. Das wollen wir testen. In Alexandres Restaurant La Marine am Hafen. Das Restaurant ist ein erfolgreiches Familienunternehmen. Alexandre und seine Frau haben es vor einigen Jahren übernommen. Mit viel Fleiß und Liebe haben sie es sogar zu einem Michelin-Stern gebracht. Wir bereiten für sie Kartoffeln in Salz und Algenmantel zu. Dazu stellen wir einen Teig her aus Mehl, getrockneten Algen, Eiweiß, Wasser und Grosselle. Also groben Meersalz. Aus diesen Zutaten knetet man einen schönen, glatten Teig. Den Teig teilen wir in zwei Teile. Wir in dieser Gegend hervorragend. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Hier sind wir übrigens vor einer Insel, der Ile de Noir-Moutier. Ein Name, der sie vielleicht auch schon etwas ins Träumen geraten lässt. Wir beginnen unsere Reise aber nicht auf der Ile de Noir-Moutier, sondern weiter im Süden des Departements, wo sich das Wasser und die Natur harmonisch verbinden. Durch den Morgennebel sehen wir in der Ferne ein Bauwerk, das unser Interesse weckt. Die Ruine der ehemaligen Benediktiner-Abtei Abbe de Meysel aus dem Jahr 1003. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Region, vor allem bei der Trockenlegung des Sumpfgebietes Marie-Portuin. Auf dieser Karte sehen wir die Landschaft vor dem Bau der Abtei. Man kann gut erkennen, dass Meysel eine Halbinsel war. Man nannte sie Lille de Meysel. 1317 wurde mit der umfassenden Trockenlegung des Sumpfgebietes begonnen. Diese dauerte mehrere Jahrhunderte. Wie viel Hektar wurden damals trockengelegt? Etwa 100.000 Hektar wurden entwässert. Die Mönche haben damit begonnen. Unter Heinrich IV. wurden die Arbeiten mit Unterstützung von Holländern intensiviert. Warum wurde das Gebiet trockengelegt? Das Wasser aus dem Sumpfgebiet wurde ins Meer umgeleitet, um Anbauflächen zu gewinnen. Wir führen unsere Reise auf einem der Kanäle, die das Gebiet durchziehen, weiter. Es wird auch das Grüne Venedig genannt. Wir lieben unsere Gegend und sind oft hier unterwegs. Viele machen am Wochenende oder abends noch eine kurze Bootstour durch das Sumpfgebiet. Früher erstreckten sich die Gräben über 3000 Kilometer. Sie wurden aber leider nicht ausreichend gepflegt, sodass heute nur noch 20 Prozent davon, also etwa 600 Kilometer, übrig sind. Einen Graben wie diesen muss man alle 15 Jahre reinigen. Denn die herabfallenden Blätter verrotten und es bildet sich Schlamm, etwa zwei Zentimeter pro Jahr. Deswegen müssen sie in der Regel alle 15 Jahre gereinigt werden. Auf der Wasseroberfläche sehen Sie die sogenannten Wasserlinsen. Die gibt es hier nur im Sommer, nicht im Winter. Sie entwickeln sich durch Photosynthese, das heißt, je mehr Sonnenlicht und Wärme vorhanden ist, umso stärker wächst die Wasserlinse. Die Vegetation an Land ist vielfältig. Direkt am Wasser wurden Eschen gepflanzt. Sie dienen zur Befestigung der Ufer. Dann gibt es natürlich Pappeln und weitere Baumarten hier aus der Gegend. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf ein Gasthaus, die Ferme au Berge von Isabelle Annonier in Chiffois. Im nahegelegenen Gewächshaus...